so leute new world ihr seht schon in der oberen rechten ecke steht offene beta wir haben nicht september 2021 wir haben september 2024 drei jahre nach release allerdings steht jetzt ein kleines neustadt an für new world so gesehen und zwar wird am 15 oktober new world aeternum rauskommen dazu schauen wir uns die offene beta jetzt mal an schauen uns ein bisschen an was sich verändert hat das für konsole rauskommt weil ich jetzt schon mal so ein bisschen mit controller spielen gucken wie es ist ich habe schon den anfang gespielt das ganze startgebiet war ein bisschen anders die storyline ein bisschen inszeniert alles ganz schick und ein bisschen filmsequenzen kamen cutscenes die ich bisher ganz geil fand direkt am anfang konnte auch schon schwimmen wasser sah echt geil aus wenn man locker noch mal auftreffen können wir das alles noch mal angucken sind jetzt in der ersten stadt wir sind ein ding gespawnt hier ist war unser stadtgebiet in königsfels und wir sind jetzt vom spawn aus haben die anfangs fest gemacht wie man ja ist noch beim alten alles weitermesser kraften wird schon töten essen kochen und dann werden wir hochgeschickt ja ihr könnt schauen es werden ja auch auf youtube hochgeladen sein wo der anfang mit gestreamt beziehungsweise aufgenommen wurde schaut euch das ja gerne an und das dort genauso wie bei mir ein abo da daumen nach oben was es nicht alles gibt wer jetzt erstmal den main quest einfach ein bisschen vollen und einfach leveln ich will noch level 25 fix machen heute die offenen beta geht jetzt über das wochenende und bis heute abend so da haben wir auch noch mal gemacht Ich bin jetzt! Dig in! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Come on now! We have met kings of earthly nations Seen the gods of all creations Tasted wine at every station From signs to misty walls But the partings that we weather and the memories we treasure are the souls we've lost forever on eternums forgotten surely Achso und alles ist übrigens bei den Quests bisher voll vertont gewesen Ich hoffe es zieht sich bis zum Ende der Story durch Ich werde mindestens bis 25 spielen heute beziehungsweise noch fix 25 machen hoffentlich da man dann noch einen Wolf mit Skin bekommt und ein kosmetisches Outfit das man anlegen kann in der Vollversion dann Ein flottes kleines Liedchen, das den Ort etwas überzeichnet, nicht wahr? Ich nenne diesen Ort sicher nicht mein Zuhause Aber hey! Du bist offenbar ziemlich beliebt Ein Bote der Ritterregentin hat nach dir gesucht Ganz schön ausgefallen In der Stadt erzählt man sich dass die Ritterregentin lediglich eine Marionette sei und ein gewisser Minister Loch näher Man sollte meinen, dass deshalb so viele Leute hergekommen sind Aber laut dem Tavernenbetreiber hört sich wie eine Plage an Leute die ihre Freunde und Nachbarn Im Gegensatz zu den rotäugigen Bastarden am Strand sind diese Leute nicht Ich hab dem Trottel nicht alles geglaubt Aber vielleicht entgegen Ich würde lieber wissen was die Ritterregentin dazu zu sagen hat Vor allem Also sonst die Steuerung ist bisher ganz cool Ich weiß gar nicht Screenshot machen gibt es keine Taste für glaube ich Ich weiß auch noch nicht wie es mit dem Angeln ist und so Was ist wenn ich beide Sticks rein drücke? Gar nix, okay Man hat sonst einfach bloß so X für Fürs Interagieren Y fürs Waffe wechseln B ist ausrollen A ist springen Es gibt eine neue Sprunganimation Ich fand die alte geiler Für die hier nicht so Aber okay Was mich sonst gestört hat war die Manaanzeige Hier ist einfach so mitten in der Mitte Die kann man glaube ich noch nicht bearbeiten Zumindest habe ich in der Option nichts dazu gefunden Ähm Das Inventar sah glaube ich schon länger so aus als das so aufgeteilt war mit Craftingzeug und hier die Ausrüstung Habe das New World auch schon keine Ahnung über ein Jahr nicht mehr aktiv gespielt Hätte zum Angry Earth Release noch den Content gemacht und ein bisschen gespielt aber Dann auch relativ schnell wieder weggelegt nachher Ja ansonsten ich kann mal kurz auf Maustestatur wechseln Ja ansonsten ich kann mal kurz auf Maustestatur wechseln Ihr seht hier Äh Ja Das Interface ist nicht großartig anders Das erinnert sich nichts Was auch unten links Passt zum Belegen halt Gut Äh Mit der Ritterregenten Jindee In der Festung Reiten kann man ab Level 20 Weiß gar nicht wie es ist Ähm Ich glaube es ist so dass alle die Angry Earth DLC gekauft hatten schon Die haben ganz normal alles Haben auch ganz normal die Crestland ab Level 20 Dass man reiten kann und so Aber die die es nicht haben Ich glaube die müssen sich das nachkaufen Beziehungsweise die müssen halt das Spiel an sich kaufen Seit Tagen kein Wort Wir müssen herausfinden was vor sich geht Minister Lochnir Die Leute sind eben abgelenkt Die Rückkehr des wahren Erben ist in aller Munde Als amtierende Regentin habt ihr Pride Wind treu gedient Das ist nun zwar etwas beunruhigend Aber schiebt eure Bedenken bei sich Es ist halt auch viel mehr Cutsdienst drin Sie nennt es ja auch nicht mehr MMO Sondern es ist jetzt eine ARPG Aber erst dann Natürlich Nun Ich muss Vorbereitungen treffen Guckst du nur Und man hatte anfangs bei der Charaktererstellung so ne Art Klassenauswahl Aber die haben am Ende nix bestimmt Außer welche wie das Set aussieht Was man anfangs bekommt Man macht halt die ersten Quest bekommt dann einzelne Ausrüstungsteile bei den Belohnungen Beziehungsweise als Belohnung Und ja da sind die Stats halt anders Je nachdem welche Klasse man genommen hat Und das Aussehen ist halt passend So klasse Aber gut wie lange trägt man das? Fünf Löffel jetzt noch Und dann trägt man eh was anderes Ich hab jetzt schon eh was Neues Ich glaube ich Schuhe waren schon neu Die zählen gar nicht zu dem Set Nichts weit bewegen das Und ansonsten dass man halt ähm 50 Skillpunkte schon Bei den Fähigkeiten Hat Drei Stück sind es die dann automatisch auf 50 sind Ich hab Mystica genommen Da ist Arcana auf 50 Erntearbeit Und Weberei auf 50 Und bei den anderen Klassen ist es halt irgendwas anderes Was so ein bisschen So klasse passt Boah das ist jetzt eh Nichts was irgendwie was ausmachen würde Außer anfangs beim Craften Dass man sich vielleicht schon was gutes craften kann Wenn man die Metz hat Du musst die Person vom Strand sein Sir Payne hält dich für ehrenwert Und ich vertraue seinem Urteil Aber ich möchte Berichte aus erster Hand hören Wir haben an der Küste Spuren der Verderbnis entdeckt Dachten aber es handele sich um Einzelfälle Und dass niemand zum Verderbten geworden sei Hast du sie selbst gesehen? Das wollte ich zwar nicht hören Aber aus deinen Augen spricht die Wahrheit Normalerweise tun wir alles Damit sich Neuankömmlinge in Pride Wenn wohl fühlen Entschuldige bitte wenn ich gerade so ungeduldig wirke Ich muss sagen die Anfangsszene war auch übelst gut inszeniert Nachdem man den Schei erstellt hat Erstmal kommt halt die Cutszene so Was so noch auf dem Schiff passiert ist Bevor man halt schiffbrüchig wurde Und Wo man dann landet und wie man ankommt So der ganze Anfang ist schon anders gestaltet Und das sieht alles übelst geil aus Vor allem das Wasser war auch recht nice In der ganzen Aufregung um die Rückkehr des wahren Erben Haben wir wohl die Hinweise auf starke Gefährder und Pride ganz ignoriert Und das hat sich schon wieder ganz geil angefühlt Dazu gehört auch die Nachricht von den Verderbten Ich hab schon ein paar Flashbacks Gerade die vielen vermissten und die vereidigten Ritter Die sich in den letzten Wochen nicht mehr gemeldet haben Mehr Sorge bereiten Und man kann die Gegner jetzt auch anvisieren Mit dem Controller Dass du ein rechter Stick weit reindrückst Und dann Visierst du sie halt an Lockst den Gegner ein Ich weiß nicht wie das im PvP ist und so Aber wahrscheinlich gibt es das da auch Sonst weiß ich eigentlich was noch Neues kommt Ich glaub ein neuer Raid kommt rein Ich bin allerdings der festen Überzeugung Dass wir nicht auf Grün warten können Und so das Kampf ist hier wieder ein bisschen überarbeitet Die Steuerung an sich alles ein bisschen anders Performance ist besser Grafik ist ein Ticken besser geworden Und Man kann jetzt auch Das Spiel über DirectX 11 laufen lassen Äh 12 Aber jetzt war sie schon seit einem Monat nicht mehr hier Irgendwann wenn wir 25 schaff ich locker bis um 18 Uhr Wir haben jetzt noch 6 und halb Stunden dafür Vielleicht denk ich noch schon durchspielen Schau doch bitte einmal nach Vorarbeiterin Musa Und erstatte mir dann Bericht Ach und Bitte informiere Minister Locken mir über deine Mission Ich würde das schon gerne an der Show sehen Und ein bisschen Lore reinziehen Und ein bisschen Lore reinziehen Das ist mir doch immer ganz wichtig Ab Level 20 können wir auch schon reiten Und die Questrate gibt dann auch noch ein bisschen XP Bei sonst zu steuern muss man sich erstmal dran gewöhnen Aber sonst hast du einfach bloß die Skills auf LB und RB Und den anderen Skill musst du halt LB erst gedrückt halten und RB dann auch noch drücken Halt beide ein paar drücken so gesehen Es geht eigentlich fit Und wenn du LB gedrückt hält musst du nur A oder B drücken für Die Consumer Builds Dann kommen halt nochmal zwei Stück dazu nachher Ne X und Y Das geht eigentlich schon Screen shot machen und UI ausblenden Formmäßig post bei der Belegung Ich weiß gar nicht Es gab halt Ich hab jetzt einfach der Standard gelassen Ich hab da jetzt noch nicht großartig vieler was geändert Das hat unten mal aus Controller Ich hab's auch Standard gelassen Um das zu die Sachen die du einstellen kannst Gameplay-Kombo Das was ich meinte mit dem Verbrauchsgestellten So Herzunfähigkeit wie den LB und RT Macht Sinn Heransohn, heraussohn LB Ah ok Das wusste ich noch nicht Ducken und hinlegen Ah Stopp und Unkehren Ok Automatisch rennen Ja Weiter entlassen Entlassen Ah nö Ich hab mir auf jeden Fall schon Übersicht für alles Gucken Gucken Ja das ist rein zoomen Geht sogar genauer als mit Guck mal wenn ich es so mache Sind es die selben Steps Ne Du schaffst es ein bisschen weniger rein und raus zu zoomen Wenn du das mit dem Controller musst Die Schritte sind kleiner Ich geh nochmal ein bisschen genauer Ach ja Der Neuankömmling der zur Audienz bei der Ritterregentin geladen wurde Ein paar Tage später Und du wärst vielleicht von einem König Ja Gawains Rückkehr wird Pride Wind wieder in altem Glan Fürs Erste Aber sie sollte sich nicht mit Angelegenheit Da beweist aber jemand schnell seinen Wehr Lass es aber nicht ganz durchquatschen Der König wird sicher auch denen dankbar sein Die sich bereitwillig seiner Flucht unterhalten Ich darf mich zwar nicht die Befehlen der Interregentin wieder setzen Aber ich möchte nicht Funktioniert alles Dauerlos ein bisschen Mit dem hinlegen Liebe hält einen warm Aber wolle auch Komm zu mir wenn ich etwas für dich Ich habe für viele feine Leute Kleidung angefertigt Selbst für Eddie Ja Mein Tür Er hat unseren Jahrestag zum ersten Mal verpasst Das wäre entspann Und erinnere ihn dann freundlich Dass heute uns Ich weiß gar nicht ob ich das zu der Klasse vorhin gesagt hatte Aber sonst ja Ich hatte ja gesagt dass Die Ausrüstung dann danach bestimmt wird Und ihr bekommt halt passend zu der Klasse halt auch die beiden Startwaffen Bei Mystica war es halt ein Heilstab und Der Unheilstulpen Ich würde dir bei der Eingewöhnung helfen aber Wir haben Leute verloren Ausrüstung Wenn du doch nur diese hart arbeitenden Minenarbeiter finden würdest Nehmen wir alles hin So Aber wenn er bei der Straße entlang ist Mal hochlatschen So sieht das hier aus Ganz geil eigentlich ne So sieht das hier aus Ich weiß gar nicht wie das an den Startpunkten jetzt ist Ob man immer in Königsfeld startet Ich weiß gar nicht wie das an den Startpunkten jetzt ist Ich glaube schon mit Angry Earth wurden die Startpunkte verschoben Dass man glaube ich immer in Königsfeld startet Macht ja auch Sinn jetzt so Das war viel viel besser so Das war so ein Bullshit damals mit den verschiedenen Spawnpunkten Aber der Anfang von Jules war trotzdem sehr sehr geil Ich habe die letzte Beta noch in Wils gefeiert Aber seit der Alpha gespielt Aber die letzte Beta fand ich am geilsten Da war das Kampfsystem auch noch richtig nice Danach haben sie das Kampfsystem ein bisschen kaputt gemacht Mal gucken was es jetzt ist Müssen wir uns zum Beispiel den ganzen Skilbäume noch angucken Das erste was mir aufgefallen ist Das beim Unheilen Stolpen Da hat die Klinge keine Laufzeit mehr Keine Wirkdauer mehr Die bleibt einfach an Erst einmal wechselst die Waffe Dann ist es natürlich weg Schluss damit! Wir sind Freunde! Sonst hielt es ja auch immer Keine Ahnung mit 12 Sekunden oder so Nach all den Jahren in diesem Loch Ich will das nicht tun Gib ihm Hacke Was ist das ist? Let's go! Geh ihm weg! Einfach mal zuschlagen vielleicht Jawoll Vergeb mir Warte mal Wenn du denkst du kommst in die Mine Irrst du dich gewalt Wenn deine Liebsten da drin sind Fehlen mir die Worte Oh! Jetzt schickt sie jemanden Ein... Ich schickte Depeschen Und informierte die Regentin über die Vorfälle Und... Eine Zeit lang haben einige der Bergleute die Stellung gehalten Vermutlich ist bereits... Du bist tapfer Das lasse ich dir Aber wir... Suche nach dem sturen Elias Derit Und allen anderen die nicht gew- Ich geh jetzt Ich geh das Entfücтор Ich geh hier Wenn du dich Inhause Ich geh dich Beide Und Jetzt Und Zeit Du Däu Däu Du U Däu Däu Du Däu Wir haben Erfolg bekommen. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ich finde den Jumps so komisch. Ich weiß gar nicht, wo das Problem mit dem davor war. Ich meine, der war nicht ganz so hoch. Er sah auch ein bisschen abgekrepelt aus. Aber der sah wenigstens für den einen Sprung aus. Aber irgendwie ist der hier auch ein bisschen lässig. Ich dachte schon, ich würde nie entkommen. Danke. Wir waren jetzt immer wie man jeden Berg hocker. Achso, man musste Blocken halten und dann springen. Musste Stab nehmen oder Zweihandwaffe oder irgendwas. Und dann musste man... Alles so lange her. Gut, das haben wir. Das haben wir auch gleich. Dann müssen wir bloß die anderen Ding noch retten. Aber das ist ja gut. Ich wollte schon sagen, wir mussten noch zur Schließkassette. Ich dachte gerade, das war hier vorne, aber das war ja bloß der Text. Was war die falsche Taste? Wir werden wahrscheinlich... Wir werden wahrscheinlich... Sieh nach Elias. Der wollte sich wehren. Ich hau ab. Wenn auch wenn es eine offene Beta ist, also wer ist denn auf die Idee gekommen, die Mana-Balken dort hinzumachen? So, das ist disgusting. Den hätte man da hinmachen können, standardmäßig, wenn man die Chance hätte, den zu verschieben. Aber jetzt einfach so rennen? Also nicht. Die Mine ist verloren. Alle sind putzlige. Ich verschwinde. Ich habe auch noch überlegt, was ich jetzt momentan so anabilde, die Spiele, weil ich gerade nebenbei Bock habe. Neben den Spielen, die ich momentan noch spiele, neben Space Marine, wo ich im PvP recht viel spiele jetzt habe, habe ich Bock noch jetzt so ein bisschen. Vielleicht sitze an Wukong auch noch. Aber ich wollte eine RPG nebenbei noch spielen. Irgendwas in Richtung Gothic oder Skyrim, weil auf Gothic 1 müssen wir bis nächstes Jahr noch warten. Äh... Enderive Forgotten Stories von Skyrim muss ich noch spielen, habe ich mir aber aufgenommen für die Winterzeit im Dezember. Im November kommt Passabex 2, welcher spielen. Jetzt habe ich im Oktober überlegt. Am 1. Oktober kommt es fast vorne in Liberty raus, aber... New World hat schon ein geileres Kampfsystem. So, vielleicht gehe ich wieder über den Oktober und dann danach mal gucken, immer mal wieder in New World rein. Mal schauen. Aber wir werden erstmal gucken, was uns heute so erwartet. So viele geile Spiele am Start momentan. Das ganze Jahr über schon so geile Drops gekämpft. Ich habe noch so viel nachzuholen und noch weiter zu spielen. Die Devil May Cry-Teile wollte ich alle noch durchspielen in diesem Jahr eigentlich. Ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt beim dritten jetzt. Äh... Sekiro muss ich noch weiterspielen. Ghost of Tsushima muss ich noch weiterspielen. Wukong muss ich jetzt noch weiterspielen. Nioh wollte ich noch anfangen. 1 und 2 durchspielen. Wolong habe ich noch vor mir. Zifu noch weiterspielen. So viel. Und dafür bin ich mächtig dankbar. Aber wir müssen uns mit dem höchlichen Relikt befassen. Spiel 1 momentan auch wieder ein bisschen nebenbei. Das diese Kapastrophe verursacht hat. Ich habe es selbst gesehen. Eine uralte Tafel, die aus ihrem Felsengrab ausgegraben wurde. Ich hatte von Anfang an einen unguten... Nein, ich habe der Crew gesagt, dass keiner das verdammte Ding anfassen darf. Es hat vor unheiliger Energie... Natürlich hatte ich nie die Chance. Am nächsten Morgen fielen die ersten Bergleute dem Fluch zum Opfer. Dann griffen die verlorenen Piraten. Ja, und sie bewachen die Tafel, als wäre sie ein Schatz. Du bist zweifellos fähig und ich will mich nicht beschweren. Wenn man überlegt, wie lange Google noch gebraucht hat, wenn es jetzt wirklich noch gut wird. Und wenn ordentlich Content kommt jetzt das ganze Jahr über. Also das ganze Jahr 2025 werden die noch brauchen, weil sie wirklich ein bisschen Feinschliffen hat. Und erstmal ein Jahr lang auf Konsole anlaufen, gucken welche Bugs uns erwarten und so. Aber dann hätte das Spiel ja noch vier Jahre gebraucht. Locker, ne? Also... Naja... Wenn man schon Geld machen kann damit, warum nicht, ne? Ne, das war pur auf Konzentration. Überordentlichen Heal, überordentlichen Damage. Damage! Feuerkanone! Und den Knaller! Ich glaube, ich muss hier noch weg gehen. Bei dem einen ist es auch kaputt, oder was? Ich geh mal durch. Aber ich werd wahrscheinlich geblockt. Bei dem anderen ging's kaputt. Und ich kann durchgehen. Zählt das jetzt? Ja, zählt. Kommt der Rest noch rein? Äh, wir wollen mal ruhiger in jeder Morgen. Der Lebensbalken ist natürlich aufgefallen erst. Ja, man wird alt. jetzt bisschen mit muskete rumballern hätte ich auch bock eigentlich jetzt wo ich die schüsse wenn alles noch ein bisschen spiel ich denke dass wir den kompletten skill bauen können weil das anspielen werden wir ein bisschen level da auf 25 haben wir zwar schon ein paar punkte und können bisschen was machen dann auch nichts halbes und nichts ganzes du hast es also geschafft klar die tafel zerschlagen ich hasse es die mine zu verlassen aber jetzt wo die tafel fort ist nach muss sie ist wirklich ein dickkopf ich wette sie aber du musst schnell zurück nach breit wenn erzählen wollen wir es hoffen wenn einer weiß was ich rufe vorarbeiter musa und die anderen zusammen so wie kinder tasche wir haben ja platz das ist sehr schön also nachher zumindest aber wir haben jetzt schon mal neuen unheilsströken was mit recall eigentlich sind wir schon im recoil was mit Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein, er ist nicht bei dir. Verdammter Dummkopf. Er sollte heute bei mir sein. Auch mir tut es leid. Danke, dass du es mir gesagt hast. 8, 9, 10. Die alten, die kommen für die Verteidigungsanleitung. Du hast meine Freundschaft. Wir sind stets auf der Suche nach. Ich sag dir was, Rajal Sadak. Uns die Regentin machte mich wegen meiner Arbeit zu ihrem Baum. Nun, es gibt Probleme bei einer Lieferung. Nichts davon ist hier. Oh, ja wirklich? Du müsstest Bäume fällen, um Holz zu sammeln. Und Gestein zerschlagen, um Stein zu gewinnen. Es gibt viel zu lernen. Hat ja gar nicht lange auf mich warten lassen. Haben wir übrigens unserns Dach schon. Unser Werkzeug. Knünftig. Okay, wir haben schon eine bessere Hacke. Die brauchen wir nicht. Die S-Volle wir jetzt nicht spielen. Okay, schön folgendes. Steine sammeln und Holz sammeln. Zur Hütter Regentin. Immerher zu Schuhe. Da war noch ein Questgeber. Sonst war wohl nur ein Quest. Oder ist auch noch einer? Unrecht noch abholen. Du bist zurück. Ausgezeichnet. Minister Loch Nier sagte, ich hätte dich auf eine törichte Mission geschickt. Gibt es dort Ärger? Was hat Vorarbeiterin Musa gesagt? Sag mir, dass es den Bär... Oh, wie furchtbar. Mein Herz wiegt schwer vor Trauer. Die Zeichen waren da, aber wegen mir wurden sie ignoriert. Von diesem Moment an werde ich alles tun, was ich kann, um die Bürger von Pride... Angefangen damit, den Ursprung dieses... Solche Relikte bleiben besser unter der Erde. Die Ruinen von Aeternum. Die weise Moira muss diese Tafel untersuchen, um Antwort... Hervorragend. Dann tu mir bitte einen weiteren Gefallen und... Aber bevor du gehst, was ist mit Vorarbeiterin Musa? Ich habe Angst, aber ich habe keinerlei Depeschen erhalten. Das ergibt keinen Sinn. Verzeih, aber könntest du nach dem Besuch bei der weisen Moira den Minister... Na klar. Soll ich noch einen Kuchen backen oder irgendwas? Was haben wir noch Schönes? Bergbau-Glück verstärken. Haben wir einen direkten Vergleich? Gibt es das ja auch? Ja, LT. Gs, 5, 4, deutlich mehr Rüstung, physisch als auch elementar. Erstmal auf die drei Konzi. Gs will uns ja auch noch ein bisschen skillen, äh, ein bisschen skalieren lassen. Wenn wir uns hören. So kann weg, kann auch alles weg. Kann alles weg eigentlich. So. Wie sonst vom Platz her sieht das fein aus. Wir brauchen noch nichts einlagern. Dann haben wir wieder Kössen. Ja, aber Königsfelds wirst du auch ganz hübsch geworden, ja? Beziehungsweise Pridlin. Weil Königsfelds ist ja auch sehr schön aussah. Vor allem ein Startgebiet. Das Wasser sah schon echt fett aus, da. Äh, wir werden mal... Ich will die andere Kasse noch annehmen, ne? Wir müssen eh da hin. Viele Gefahren erwarten dich. Aber dein Mut wird belohnt. Ist der wahre Erbe hier, werden die voll Berg und Tal berichten von einem Krieger voll Ruhm und tapferer Werke. Der Erbe bringt der Blumenliebreiz und schafft einen Pfad... Ich habe mal die Treppe hochgestolpert. ...und von der Tragödie in der Mine erfahren. Hast du die Fragmente der Tafel ge... Hm. Sehr interessant. Ich muss mir diese Fragmente genauer ansehen. Aber du bist neu, oder? Was für ein Moment, kurz vor Sir Gawains Rückkehr, um den Thron zu besteigen, solltest du die Bedeutung dieses Ereignisses... Als König Artorius vor 700 Jahren nach Aeternum kam, waren die Bewohner verstreut und gespalten. Mit dem Versprechen, Ordnung herzustellen, einte er Süd-Aeternum zum ersten Mal seit der Zeit der Ahnen. Die Herrschaft des Königs ruhte auf den gepanzerten Schultern seiner getreuen Ritter. Dem mutigen Sir Gawain, der stürmischen Sir Lancelot und dem treuen Sir Gallahad. Als die Verdappten von Norden her angriffen, wurde ihre Tapferkeit auf die Probe gestellt. Angeführt von keinem Geringeren als dem gefallenen Berater des Königs, dem Zauberer Myrdin. Infolge des Krieges verschwand König Artorius, sein Schicksal unbekannt, und das Königreich zerfiel. Lancelot zog aus, um Rache zu üben. Gallahad, um sich ein neues Leben aufzubauen. Aber Sir Gawain, der Thronerbe, zog aus, um sich den göttlichen Segen für seine Herrschaft abzuholen. Creadwin litt schreckliche Not, verwüstet vom Krieg das Volk am Boden. Minister Loughnir hielt die Stadt zusammen, auf das Gawain auf seinen Thron zurückkehren möge. Aber Sir Gengel von Ebenmaas gewann die Herzen des Volkes. Nach all den finsteren Jahren wurde sie zu einer leuchtfreude Hoffnung und zur Ritterregentin ernannt. Nun informiert uns der Minister, dass er Sir Gawains Segel am Horizont gesichtet hätte. Und wir bereiten uns auf die Heimkehr des wahren Erben und seine Thronbesteigung vor. Jawolleck. Vielleicht verstehst du jetzt, wie bedeutsam Gawains Rückkehr wirklich ist und warum die Nachricht aus der Mine und von den Höfen so beunruhigend ist. Obwohl Minister Loughnir es geheim gehalten hat, um eine Panik zu vermeiden, behaupten einige Flüchtlinge, dass ihre Höfe von Verlorenen überrannt werden. Aber Loughnir versichert mir, dass alles unter Kontrolle ist. Wenn du weitere Fragen hast, frag ihn. Ich muss diese Fragmente untersuchen. Hoffen... Nach so vielen Jahren ohne unseren wahren Anführer sind Zweifel ganz natürlich. Aber seid versichert. Die Stunde naht. Artorius rechtmäßiger Nachfolger wird bald erneut den Thron besteigen. Was wir ertragen mussten, ist nichts im Vergleich zu dem, was Gawain auf seiner langen Heimreise durchgemacht hat. Aber er hat für euch durchgehalten. Für das Volk von Pridewin. Wir müssen uns fragen, wie wir unserem neuen König zeigen... Nein, beweisen wollen, dass wir ihm genauso treu ergeben sind, wie er uns. Wenn die Stunde kommt, wird er sehen, dass seine Untertanen ihm immer noch treu sind. Und wir werden ihm die gleiche Ehre erweisen, wie einst Artorius. Und ihm unsere ewige Treue schwören. Oh, bist du nicht? Ich habe viel von dir gehört. Sie sagen, du wärst eine große Hilfe. Und dann fiel mir ein, dass ich Dummerchen gar nicht... Ja, Honig. Honig, so köstlich, dass man ihn Teufelshonig nennt. Bring mir meine Honigwaben. Dann darfst du... Warte, Alter. Was war das denn? Na gut. Dann holen wir halt auch ein bisschen Honig. Aber erst... wenn wir uns da einmal gehen. Ich weiß nicht, doch dann erfuhr... Oh, bitte. Sag ihr, ich breche auf, sobald ich meinen wichtigen Beitrag im Namen des wahren Erben... Sag ihr, nicht mehr lange. Und... vielen Dank für deinen Dienst für... Good. Okay. Okay. Robin Schabatski. Nice. Ich verm- Dann sei es so, als Ritterregentin ist es vielleicht- In deiner Abwesenheit war Vorarbeiterin Musa hier, sie sagt am Tag nach dem Erscheinen der Geheimnisvoll- Diese Piraten können nur vom Brissett-Ufer im Norden gekommen sein. Eine beunruhigende Entwicklung, die- Wie es meine Pflicht als Ritterregentin verlag- Lochnir wird das nicht freuen. Aber vielleicht- Du bist eifrig und tapfer. Ich hoffe, dass du und Sir Payne die Piraten von weiteren Angriffen abhalten und dabei herausfinden- Ich würde was hier sehen, es wäre der Geheimnisvoll- Und hier war es auf den Tecs, weniger und der Geheimnisvoll- und der Geheimnisvoll- Untertitelung des ZDF, 2020 Bananen haben die früher aber auch nicht gegeben, ne? Ich glaube, da hießen die auch noch anders Ich gucke mir, wo Stein ist, aber doch dahinter, glaube ich, oder? Ne, da ist die Mauer dahinten Hier wächst kein Stein Schade, wenn wir erst nach unten müssten und dann ein bisschen langen Weg haben Na, wir können ja eh einfach erstmal zu drei laufen Dann werden wir auf dem Weg schon ein bisschen Stein finden Wir campen hier ein bisschen, auch entspannt Haben noch keine Quests am Start Und wahrscheinlich noch, gibt es hier Würstchen, oder? Ein Täter voll Leber, so sieht das aus Da ist Stone Jawohl, so nämlich So natürlich Okay. wir müssen jetzt so viel wenn wir auf dem weg auf steine treffen so haben wir das nicht aufgedeckt hier sind noch hier ganz an der seite vorbeigelatscht nee wir sind hier so ein bisschen runter gesprungen und dann da eine seite na egal scheiß auf die landmarken erst mal allein das hier sieht schon so übelst leise aus einfach ein paar bäume ein paar steine ein bisschen was zugewuchert zur erde schon echt geil ja 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann man irgendwo direkt springen oder so, ne, ich muss öfter drauf drücken. Den Steinblut. Ich bin jetzt hier wieder mit den Buren. Ich habe jetzt einen Buren. Ich habe einen Buren, der ich jetzt dabei bin. Ich habe auch einen Buren. Ich habe einen Buren. Ich habe einen Buren. Ich habe einen Buren. was brauchten wir davon? Nein wir stellen einfach alles her Wo ist denn Waffe wegstecken beim Controller? Weil der hält die ganze Zeit in der Hand Wir waren noch Achso halten ist wegstecken Da hätte ich auch drauf kommen können Toll! Genau das was ich brauche. Die richtige Sorte und Menge. Du bist ein guter Mensch, Rajai Sadak. Hast du hier Freunde gefunden? Du scheinst jemand in Syrien, zeigen wir uns immer erkenntlich. Du hast mir sehr geholfen. Deine Lebensweisheit, Rajai Sadak. Ich denke, du hast das Zeug. Hat dir jemand das Schwerter schmieden? Ich schätze, ich muss hier wohl alles selber machen. Ich bin... Du hast einfach diese Fleiß... Chill die Dinger sind damit sehr im Hammer Und die 3 macht sich nebenbei ... 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 da schon wieder so runter konnte man zum turm reisen ich dachte das ging ja dann kann ich das wasser noch mal zeigen haben wir noch mal dann wird es ein wilder startgebiet ja Jetzt ist abends erscheint keine sonne jetzt sieht man nicht wie übelst blau das wasser ist Aber wir können uns das mal gleich im dunkeln angucken mal gucken was da aussieht Das sieht ja schon echt nah aus das wasser das ist schon echt gut aber bei also mit sonne noch mal viel viel gerne Hier sieht man schon wie genau das ist aber wenn da die sonne rauf scheint sieht es noch mal viel viel krasser aus Ja und dann macht man hier so die typischen anfangs fest Da hat sich nicht viel geändert am anfang auch das ist hier ein bisschen schicker aussieht Garde cutscenes kommen wenn man einen geilen anfang hat wo man so ein bisschen lang latscht und ein bisschen schwimmt und dann kommt man am ende hier Dann fangen halt die kösts an ganz normal Wir sind wir noch jemanden Stadtschleu öffnen können und veredeln können, aber es ist egal, machen wir nachher Dann renn ja nicht weg Zitzen Eine Mondschattenkuh. Eine Mondschattenkuh. Eine Mondschattenkuh. Die Fische beißen heute nicht besonders gut. Vielleicht habe ich hier zu viele gefangen. Merde. Oh. Die Fische beißen heute nicht besonders gut. Du kannst nicht angeln? Das ist ja ganz einfach, das Glück finden. Entschuldigung. Manchmal schweife ich etwas ab. Nachdem du? Nein, nein, nein. Das kann ich nicht verlangen. Zieh dich nur an, wenn du darauf bestehst. Ja. Oh! Was wird noch gar nicht angezeigt, zu der Suche in den Rohr Kolben und in der Nähe nach vollenden Leuchtkäferkühlen Siehst du, sehr einfach, sehr einfach zu erledigen. Außerdem brauche ich keine Almo. Die erste Lektion? Ohne Köder kannst du dir das Angeln sch- Ja, du hast es verstanden. Ich- Ja, Gladys. Ein Ge- Sie hat mir das Liebste auf der ganzen Welt genommen. Ha? Wir wollen nichts überstürzen, mein verträumter J- Ich- 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 Wurzeln Ich- Ich- Zimmel Ich- 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 sie hat aber gesagt fange einen Fisch und ich fange mehrere Fische Fisch Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Oh, dann können wir nach oben nachschnitten. Auf der Seite der Auf- und Ausgang, bei den Mauern kommen wir nämlich glaube ich nicht, aber ich glaube da vorne können wir runterspringen vielleicht, ah ne, da kommen wir auch nicht hin, okay wir nehmen den normalen Weg, überredet. Ich freue mich schon wieder auf die Raid-Animation, die war ganz cool eigentlich, sah gut aus, auch so an sich vor die Steuerung ganz nah ist, ah, da schon ein Pferd, seht ihr. Ich freue mich schon wieder auf die Steuerung. 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 Das Schiff sieht voll nice aus. Ähm. Okay. Ja, schon. Bevor du irgendwas anderes tust, solltest du ein Zeltlager aufschlagen. So fern von Pride Wind ist das unerlässlich. Ein toller Platz ist ganz in der Nähe. Stell dein Zelt auf, mache Rast. Wir warten hier. Nein, kein Lagerfeuer. Zeltlagern. Achso. Ja, stimmt. Das war ja das Lagerfeuer. Freiberg. Ah, du bist zurück. Es ist wirklich sehr mysteriös. Vor ein paar Monaten zogen an diesem kahlen Strand bloß eine Handvoll Piraten um. Jetzt ist hier ein Kriegslager und es treffen in der Tat. Es erfordert eine Armee, um sie zu vertreiben. Vielleicht sollten wir einen nobleren Ansatz verfolgen. Ihr beide bleibt hier und haltet die Stellung. Ich, nach meinem Sieg, werde ich verlangen, dass sie sich... Oh. Nun, ich fürchte mein strategisches Geschick... Eine großartige Idee. Sila, wenn du die Boote und all die Fracht, die sie verloren haben, zerstören kannst, würde sie das auch... Wollen wir so ein Feuerstab spielen. Und mit dem Nebenstab ist eigentlich ganz angenehm, gerade. Könnte später vielleicht noch ein bisschen Feuerstab spielen. Ich werde drauf Kettenfeuer. Wie viel Konzi haben wir jetzt? Weiß ich. Ich will auch ein bisschen Int bekommen durch Rüstung. Okay, wir könnten schon eigentlich... Auf Int gehen. Noch ein bisschen mehr Int. Brauche ich den Nebenstab nicht drin behalten, dann können wir... Nehmen wir die Stülpen nochmal rein auf Platz 2. Irgendwas mal kurz in den Start. Irgendwas mal kurz in den Start. Was ist der andere jetzt eigentlich hin? Der ist hier komplett unten untergegangen. Da ist er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Wie es aussieht, ist auch so nice. Wie es aussieht, ist auch so nice. Ich eile dir zur Hilfe. Boom. Das war's für heute. Das nächste Ruderboot ist so weit entfernt, oder was? Wir schwimmen einfach hin, weil was können. Aber bitte schwimmen jetzt. Schwimmen doch einfach. Also nicht tief genug, damit er jetzt anfängt zu schwimmen. Ah jetzt. Man konnte auch schneller schwimmen. Kuss in die Maus, doch. Das war's für heute. Das war's für heute. Tink, tink, tink. oh I'm not doing so bad now oh komm schon du alter Sturkopf warum sollte ich euren jämmerlichen kleinen Außenposten bitte ausspionieren weißt du und genau das würde eine Spionin wie du sagen besonders dann wenn sie gerade in der Nähe unseres Lagers erwischt wurde verrat mir ein Sir Klugscheißer was genau sollte ich rausfinden wollen wie man sich in der Rüstung am Arsch kratzt ha du willst mich mit Beleidigung verwirren was aber daraus wird nicht na du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen bis dieser Trottel mich geschnappt hat habe ich die Piratenbasis ausgespäht sag ihm ich bin keine Spionin ja ja sehr lustig wenn du sie kennst dann können wir ihr wohl noch eine Chance geben aber ich habe ein Auge auf dich junges Fräulein behalte deine Augen lieber bei dir wenn du nicht mein Deutsch spüren willst so ist auch die passende Musik dazu gewesen auf jeden Fall bravo ein tapferer Schlag ich fürchtete schon die Piraten und ich schätze wenn du dich für Miss O'Malley verbündet die Frau behauptet in der Piratenhöhle seien hunderte nun gut schenkt man ihr glauben könnte die Quelle der wenn du dich in diese Höhle begibst weil sie die ihr Wort gibt dann sind dir je solch koordinierte Piraten begegnet ach wie sollen die Leute je nach ich war ein Baby und ein absoluter Teufel ich hatte so eine lieb königlich wog wenn sie doch nur nicht so viele oh tolle Idee Schießpulver gegen sie zu verwenden einfach anschleichen Fässer anzünden und BOOM ich halte Wache und sorge dafür dass niemand unseren Plan vereitelt sind ihr je solch koordinierte nun ich hoffe du hast alles mit Sir Nervensäge nicht spioniert und sie haben zwar Beute bei ich sag's dir wenn du überlebst ab so sieht es aus da ist ein Glühn für jemanden wie dich vielleicht nicht für mich nicht für mich nicht für mich aber sie bei der anwendung muss ich auch in den konflikten noch ausstellen dass das ding so rein klatscht dass die tiefenunschärfe das ist was so weit weg ist nicht nicht so verschwommen ja ja Oh. sogar zwischen seil und boden durchgefahren schreit Oh, oh, oh. Nicht mal loot dabei die Sau So, wenn man die nach der Mission jetzt aber noch anzünden kann Kann man, die haben jetzt sauerhaft mal lebensbehalten Vielleicht könnte es noch sein, dass es immer noch so ist, weil wir die Quest noch haben, aber eigentlich ist er ja abgeschlossen Wir haben ja keinen Zieglerfolge mehr dafür Außer, dass wir sie abkennen Die Kaufe Die Kaufe Die Kaufe Die Kaufe Die Kaufe ... Ja wollen wir mal den Altar noch so Alles cool, die Quest sind auf jeden Fall alle hart überarbeitet Und auch so ist viel dazugekommen Das schon alles ein bisschen Mal vom Gegensleben Schöne 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 Irgendwo war eigentlich immer genau so die Übersicht bei den Ah ja hier Schöne 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 Schönen Schöne 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 Es sind auch nur, er ist auch bloß SICK und der CONCI ist bloß eh mehr sonst hätte ich gesagt, könntest du ja voll auf Damage gehen mit Unheilstulpe und und Pflege und Schild und beides halt komplett im Nachkampf spielen weil du hast ja auch die ganzen AOE Areas, die die machen ja teilweise auch Damage über Zeit die ticken ja die ganze Zeit, solange die auf dem Boden sind was hast du mit beiden Sachen ich weiß nicht ob das so WORF ist, weil es halt beides sekundär ist und wahrscheinlich mit Sachen, die auf Int sind und primär sind wahrscheinlich vom magischen Schaden her ein bisschen mehr raus vor allem mit Feuerstab und dann wird es gepaart kannst aber halt dazu auch Eishandschuhe nehmen oder Unheilstulpen mal lika, war früher nicht Unheilstulpen primär über CONCI ja, der ist auch eingefärbt, der ist doch nicht ausgegraut und trotzdem ist der hier aber bloß als sekundär verzeichnet dann hat der gar keinen Primärwert entweder das ist ein Fehler, dass es dann noch angezeigt wird mit den 90% ah ne, Moment hier mit 90 und CONCI 65 hat aber nichts, wo er auf 100% geht kann sein, dass das vorher anders war, dass das früher auf 100% war und dass es genervt wurde das denke ich mal eher aber wir nehmen Donnerbüchse bis wir noch ein Eishandschuhe gefunden haben dann würde ich auf Eishandschuhe gehen neben dem Feuerstab sieh an du hast das Piratenversteck gefunden und überlebt ich wusste doch, dass du es schaffst sag, hast du den leuchtenden Altar siehst du, wir sind ein gutes Team in einer Partnerschaft ist es wichtig das nenne ich vielleicht Hilfsbau und Sir Nervensiege hat verraten, dass die Ritterregent wer hätte das gedacht Miss O'Malley bekommt, was sie wollte und ich kann nur erahnen, welchen Scheußlichkeiten du trotzen musst stimmt, bei der Quest haben wir Eishandschuhe bekommen hast du die faule Hexerei gefunden von der Miss interessant die Ritterregentin muss ich muss ihr Wache halten, damit diese Schufte keine du musst allein gehen und zwar schnell kehre mit den Geisterschrein können wir da erstmal unsere drei Skills freischalten und dann löppt der Lachs 6,5% Ausdauer, ne 6,5% Ausdauer, 6 Sekunden Ablehnzeit, ok das ist ganz gut Ok sonst die 4 Int, das ist die Wurf Bei dem GS Unterschied wahrscheinlich nicht Sonst gucken wir jetzt aber von allen Waffen erstmal eine Art, Bogen fehlt noch, Kammer fehlt noch und so, aber wir haben nichts doppelt, ne brauche ich nichts kaputt machen, ne Ich muss nur wiegt erstmal nicht so viel, die mache ich später kaputt Jetzt go Ja wir müssen zurück, ne wir müssen auch hier vorne hin Achso ne ich brauche nicht zum Geisterschwein, ich bin auch einfach, warum wir mal so hier Ich hoffe die haben das mit gedacht, das werden sie schon nicht verkackt haben, dass ich jetzt zurück dorthin muss und dann von dort aus wieder durch die Stadt reisen muss Ich denke mal das wird schon abgehakt werden, das ist ein cooles Bild Achso, ich schaffe dich, schon abgehakt Ich denke mal runter Ich denke mal runter Ich denke mal runter Ich denke mal runter Ich gehe mal runter Ich denke mal runter Ich denke mal runter Ich muss gestehen, ich bin sehr erleichtert über deine Rückkehr. Ich brauche Menschen, denen ich vertraue. Deine geschäftstüchtige Freundin Grace O'Malley war übrigens hier. Sie ver... Grace sagt, sie wäre mit dir im Norden gewesen und die Piraten würden sich dort vor einem seltsamen Altar versammeln. Genau. Sie hat die von dir überbrachten Fragmente aus der Mine eine ganze Weile untersucht. Wenn ja, verfolge bitte gemeinsam mit Moira alle Hinweise. Ja, das Recht hast du dir verdient. Ich muss mich bald mit... Das muss ich allerdings selbst erledigen. Du soll... Oh, ja. Oh, ich habe richtig gelesen. Gartenschema. Okay. 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 Ah, genau die Person, die ich zu treffen gehofft hatte. Wenn ich die Tafelfragmente mit anderen steile, aber ich weiß, dass du gerade aus dem Norden zurückgekehrt bist. Nehmen wir an, dass wir haben die Gefahr nicht falsch. Hast du etwas Ähnliches wie die Hafen des Nieders? Das ist allzu eintönig. In die Sequenzen zwischendurch immer ein bisschen. Dann das Labern. Wohlvertont. Das ist ja schon ganz neuer. Aber es ist möglich, dass sie vom selben Ort stammen. Den Antikaladan und alle Ruinen von Etern natürlich. Und du bist besser geeignet als ich. Doch bevor du griechst, möchte ich erzählen, was wir über die Ahnen wissen. Also mal ausprobieren, gucken wie die Steuerung ist. Von einer grandiosen Zivilisation, die einst über die Insel herrschte. Wollen wir mal schauen, wo wir so Mausterstatur immer Vorteile haben. Entdeckten oder erschufen die Energie, die wir Arzot nennen. In den darauf folgenden Jahrtausenden folgten Menschen aus zahllosen prähistorischen Kulturen. Soma, China, Ägypten und viele andere. Sie vernahm den Ruf, die See zu erkunden, wurden von den Ahnen auf diese Insel gelockt. Diese ersten Ankömmlinge verehrten die Ahnen als Götter. Sie schufteten unter der Führung der Ahnen und errichteten hunderte Monumente und Türme. Aber die barbarische Natur den Menschen war nicht zu bändigen. Kriege brachen aus. Und inmitten des Chaos tauchte erstmals die Verderbnis auf. Im Kampf gegen diese neue Bedrohung verliehen die Ahnen einigen Auserwählten Gaben. Diese Helden erhielten unfassbare Macht und ewiges Leben. Die Kriege tobten jahrhundertelang und die Ahnen segneten ganze Armeen. Doch die meisten verwandelten sich irgendwann in Skelettkrieger ohne Verstand. Die Kriege gingen vor Jahrtausenden zu Ende und die Ahnen verschwanden. Aber ihre verfluchten Wächter beschützen immer noch die Ruinen, nicht wissend, dass ihre Pflicht schon längst getan ist. Jetzt weißt du, warum die meisten auf Aeternum die Ruinen unter allen Umständen meiden. Ich selbst habe Kalada nur einmal besucht. Aber du bist eine tapfere Seele. Aber dring nicht zu tief ein. Dort unten lauern unaussprechliche Gefahren. Bleib an der Oberfläche. Sieh an! Der neue Page der Ritterregentin ist hier. Dich führt sicher ein wichtiger Auftrag her. Aber ich wundere mich doch, was so dringend sein kann, wenn Jays Pflichten als Regentin so bald zu Ende gehen. Hm, die Ritterregentin sollte sich nicht in Dinge verstricken, die sie dem Volk... Ich habe bereits vor ihrer Geburt als Pride Wins Minister gedient. Ich sollte darüber informiert werden. Wie anmaßend von dir, Page. Ich möchte den wahren Erben nur bei seiner Ankunft über alles Wichtige in Kenntnis setzen. Behalte deine Geheimnisse. Doch versichert, Pride Win wird... 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 aber ich kann doch gar kein geistesschrein haben wir haben doch doch wir haben da einen und dann haben sie uns den freigestellt glaube ich oder so weit vorgegangen sind wir da noch nicht die einen hatten auf jeden fall die wächter zu beherrschen bist du wegen freiheit oder ruhm losgezogen wegen unserer verbotenen liebe wollten sie uns ja wenn du der grund bist dass deine sie erschienen mir in einem traum und bat mich würdest du das tun einst waren wir so diese altare in kanadam scheinen macht über die verlorenen auszuüben macht ist vielleicht zu viel gesagt aber einfluss trifft es auf jeden fall mit den notizen von young lisa kann ich lernen ihre essenz zu kanalisieren und wenn ich die magie nicht selbst nutzen kann kann ich sie vielleicht an einen nützlichen punkt umleiten ich muss mir diesen plan gut überlegen um dem wahren könig bestmöglich zu dienen nur so kann ich an seiner seite stehen ich muss auch gerade gucken ich werde wenn wir mit der kuppel dann mit der schauer und mit dem eistachel macht den eistachel auf lb auf rb machen wir schauer wir haben ganz schön leben dazu bekommen unser leben hat sich verdoppelt in den letzten fünf sechs level drei drei level haben angefangen oder 13 oder 12 8 keine ahnung ich freue mich dass ich dich gefunden habe ich fürchte ich habe einige weitere hinweise auf den fragmenten übersehen bevor ich weiter spreche hast du in den ruinen loch näher hier draußen diese notizen sind sie ja ich weiß was das ist jetzt schon viel besser sind schwere hose können wir noch tragen ne können wir nicht wenn wir jetzt auf mittel gehen wenn wir einen teil ausrusten was höchst ich überlege gerade wie das war man hatte ja auch damage bonus ne wir sind schon auf 13,2 sicht gerade wir sind ja schon auf mittel man hatte sonst bonus schaden glaube ich noch 100 basischaden um 15 prozent verringert bei schwer und prozent erhöht bei leicht bei mittel gar nichts aber ich momentan leicht auch leicht aus was auch schwere handschuhe tragen noch mal nicht hier mit diesen schweren handschuhen bitte gut was soll ich sagen für ihn wollte ich noch danke treue seele fatima hat ihre spiegel so geliebt mit diesem splitter erhält sie ihren letzten zurück sie sagte mir spiegel bergen eine gewisse magie und ich spüle ichelte es es ich die es ich 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 Okay. Was ist das? Ich habe da ein paar Bolle. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Was ist das? Was ist das? Finde sehr gut Wenn Sir Gawain nicht bald eintrifft, gibt es vielleicht kein König Die Ritterregentin hat mich gebeten, die östlichen Höfe auszuspähen Also zeichne ich Sir Priscilla's Ort auf deiner Karte einen Treffen gestoppt Viel Erfolg uns beiden Was ist das? 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 Weil ich hier nicht aktiviert war den wegpunkt wieder entfernen und wenig so jetzt klick und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heustapeln und Düngerschaufeln? Das passt nicht zu dir. Die Arbeit ist beruhigend und ziemlich unkompliziert. Und was ist an der Fechtkunst unserer treuesten Ritterin kompliziert? Mein Schwert erhebe ich nur noch gegen die Verlorenen. Percilla, sag, was redest du denn da? Ich... ich will es gar nicht sagen. Du würdest es mir eh nicht glauben. Es war naiv von uns, Hoffnung zu haben. Ich weiß nicht, was über sie gekommen ist. Sir Percilla war Prydwins ehrwürdigste Ritterin. Und nun, wo wir sie am meisten brauchen, widersetzt sie. Alle haben das Gefühl, dass Gawain bereits das Kommando übernommen hat. Ist es das, was du in den Ruinen herausgef... Es fällt mir schwer zu verstehen, was er damit bezweckt. Keine Ahnung. Ich zweifle jetzt an allem, was... Percilla war tatsächlich... Wenn du meinst, bei mir mehr Glück zu haben, als bei der Ritterregentin... Ehrlich gesagt schulde ich ihr auch nichts. Ich weiß durchaus, wie ich mein... Die Ritter, mit denen ich im Tiernornbergfried dien... Das ist wohl der Fall. Auch wenn ein... Wenn du wissen willst, was im Tiernornbergfried passiert ist... Mehr werde ich nicht sagen. Du und die... Wenn du dich in den Tiernornbergfried wachst, solltest... Jawoll. Wir haben schon den nächsten Slots freigeschalten für... Dinger ins Kirchen. Haben wir freigeschalten. Ja, mit Mana kommen wir erstmal klar. Da brauche ich erstmal keinen Trank. Das ist eigentlich alles, was wir gleichzeitig anhaben können. Wir können den Trank trinken. Wir können... Wir haben eine Lebensregeneration über den... Auf B. Den Orangen. Dann haben wir nochmal Lebensregeneration, wenn wir gerade frisch was gegessen haben. Für... Wann das 20 Sekunden mal oder so? Ich weiß nicht, Alter, komm nicht mehr. Bei dem Essen waren das... Ja, 20 Sekunden lang. 60 Sekunden pro Sekunde. Den bekommen wir auch Leben pro Sekunde. Und hier gibt es einen direkten Heal. Ja, wir werden die Quest hier mal annehmen. Die werden wahrscheinlich auch was damit zu tun haben, wo wir jetzt hin müssen. Oder halt hier mit dem Hof. Als königliche Hofdamen lebten wir in Sicherheit. Am Hof von... Jetzt leben wir zum ersten Mal draußen in der Wild... Ja. Ich war sogar einmal als nächste... Meine Mutter hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich einmal... Sie glaubt, ich würde verloren und die Insel heimsuchen. Mutter wurde oft vom Geist der Jungfrau erzählt. Mutter wird die ihre Argumente endlos um die Ohren schlagen. Meinst du, du könntest Artefakte ergattern, die bew... Zeig mir dein Lächeln. Deine Zähne im Osmanischen Reich hatten alle sehr gute Zähne. Mehr Tage als eine Schnecke Zähne. Ich fühle mich immer noch ungestüm und fast so jung. Ich habe bereits 26 Strahlen... Am besten von robusten, mittelalten Wölfen, wenn du sie finden kannst. Mein Reisepunkt haben wir hier vorne auch noch, den werden wir auch noch holen... ...und dann werden wir zum Mainquest launchen. Dann gucken, was wir nebenbei auf dem Weg so abhaken können. Ich bin ruiniert. Ich kann nicht mehr was nutzen einem fähige Hände, wenn Narben... Die Fehler meines Vaters haben ihn letztendlich... Er hat sich in seiner Glasarbeit verletzt. Er hatte eine richtige Beziehung zu Glas. Er wusste genau, welche seine Werke waren Quell. Würdest du das? Ich... Es ist nicht... Hier gibt es die erste Moskete. Es sei denn, man hat jetzt eine Klasse anfangs gewählt, die eine Moskete gleich am Anfang hat. Ich kann die drei machen, kann runtergehen, die zwei machen, dann zu eins reingehen oder die zwei auf den Rückweg machen. Ich kann die hochgehen und einmal im Kreis latschen und so. Unter die Maus einfach nicht. Die Maus schläft im Standby. So, ja genau, wir gehen so einfach runter. So, zack. Falls wir wieder hier hochgehen müssen. Mal schauen. Was passiert hier? So. Ersteuerung. Was passiert hier? So. So. Was ist das? 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 Ah, Gegner, viel zu leicht. Hatten wir schon wieder ein Level draufgekommen, der Charakter leuchtet, ah, das war der Feuerstabe, auch gut. Ah, Gegner. Da muss man aber doch immer noch erst den Feuerball werfen. Feuerball und dann Feuersäule. Ah, so und dann bei der Bonus Damage war auch auf Dings drauf, ne? Auf der Säule, ja, für jeden Stapel glimmen. Und man kann trotzdem einmal mit ihr starten. Glaubst du nicht mal, dass das Bonus Damage macht, wenn der Gegner Full Life ist oder so? Also wenn es das mal gab, dann gibt es das jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das sieht hoch ganz nice aus hier. Das war's. 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 Und... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war. Das war's. 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 also keine boni, sonst hätt ich gerne getragen, weil es halt nice aussieht das sieht halt schon nice aus, aber statwise nicht so gut dieser greift mich nicht an, steh bitte nicht auf muss man erst im altar oder konnte man direkt von hier reisen ne, geht direkt die Kingo 20 hat Stufe 19 erreicht, das tun wir auch gleich überrascht mich zu sehen was, meine rüstung zu entstauben war nicht als ist ach wie, das da vergehen ha so, wir müssen mal rüberschwimmen oder hier halt den weg lang laufen, außen hier so, wir brauchen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Wie das für ihn aussehen muss. Er denkt sich auch, was ist er für ein Spinner. Äußerlich betrachtet sind wir ruhig und still. Aber in den Tiefen tobt ein düsterer Kampf, der Ausgang und Vorhersehbar. Hinfahrt mit dir Geist. Ich biete manch ein, das tust du ich, Steve. Da wär die Reitkuss jetzt halt ne. Halt in Elberfall oben. Wir werden ja eh hochgeführt, so nach und nach mit dem Christ, denk ich mal. Alte Steine geben nichts als irrelevante Antworten auf vergessene Fragen. Hier findest du keine Wahrheit. Geist. 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 Keineisiern. iéster Jesper Schaaf nicht zuerst. Seht sehr schnell Surren. Wo immer soit gek Krämmert, dann mache ich mit einem Schãyp reb Job. Mascher, dass du dir in die Tür,торовige Dummer? Bevor die Uhr aufrifft ein only für sie zuerst, sieken이를, sondern um siehüben AD listen runter mit carburten. Im Gedenken an den Seelenwächter Romanos Argalon, den Träger der ewigen Fackel, dessen Dienste sich über Jahrhunderte erschreckten. Im Laufe der Zeit verglas die Seele, doch er trotzte der Dunkelheit bis zum Schluss. Möge sein Opfer eine Lektion für alle sein, die nach ihm kommen. In Gedenken an die Seelenwächterin Christina Krempel, deren Blick niemals ins Wanken gerät. Ihr Schreben nach dem Besten im Menschen, ihr Widerstand gegen die Dunkelheit und ihre Weisheit hielten die Flamme unserer Hoffnung bis zum Schluss aufrecht. Möge ihr Opfer eine Lektion für... Hm, ich... Möge ihr Leben? Möge ihr Leben? Möge ihr Leben? Möge ich euch an! Möge ich euch an! Ja, ich muss die Musik machen! Oh, 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 oh. Die Geister sind laut hier. Dieser Ort erinnert sich an Trauer. Die Geister sind laut. Was ist das? 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 Opfer, eine Lektion für alle sein, die nach ihr kommen. Was ist das? Was ist das? Ich höre meine Stimme. Was ist das? 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 Als ob hier so eine Quiz aufgetaucht ist. Sag mal an. Hängen wir die mit? Machen wir die? Was ist das? Okay. Drachentum noch einem weiteren ich stelle das mal aus. Oh! Das war's. Zähne Was ist denn mit der Performance nicht? Und was haben sie auch noch verkackt? Ich gelobe, edel und wahrhaftig zu sein, auf die göttliche Stimme zu hören und meinem Volk gegen alle Widrigkeiten beizustehen. Ich schwöre auf meine gebundene Seele, den Schmerz der Welt zu lindern und meine... Du weißt stets aufs Neue deine Sterne. Und ich bin beeindruckt. Wir dürfen gemeinsam Geschichte schreiben. Ich gebe meinen Atem den Winden, meine Kraft den Ländern und meinen Geist dem Firmament, damit es in die gesegnete Erde und die Tiefen der Gewässer regnet, um einen Spur für alle Zeiten und für alle, die meinem Weg folgen wollen, zu besiegeln. Okay, das ist so geil. Okay. Das war's für heute. Ja, die Tempelwachen, die haben wir doch bezogen. Ich zeig den auch gar nicht mehr an den Köst jetzt so. Wenn du reglose Verblieben sind, dass du den Erd zerstörst. Ja, ich hole in die Schuhe. Das zählt halt einfach irgendwie nicht. Dann soll ich ihn doch schwächen, muss ich doch irgendwas an der Seite töten. Warte ich gleich am Anfang. Also. Oh, okay. Ich habe die auch alle zerstört und es ist nicht abgehakt. Oh, ich zähle nicht schnell zu der Quest. Oh, ich zähle nicht abgehakt. Oh, ich zähle nicht. Oh, ich zähle nicht abgehakt. 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 Wenn du dir einen Okay, jetzt schicken sie uns wohl nach ganz oben Ah ne, das geht ja nach Osten, nicht gerade Das ist doch 500 Meter, das ist jetzt auch nicht so weit Ja zum Gasthof könnten wir schon, aber ich hatte doch Schnellreisepunkt Da hatte ich auch gerne, Gasthof ist natürlich auch Hier Willkommen bei der Herbstrast, hier herrscht immer buntes Treiben Ja zum Ja zum Ja zum Ja zum Ja zum Ja zum Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich würde... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Vorräte sind erscheint. Der Turm bebt unter ihren Angriffen. Es gibt keinen Ausweg. Bald werden sie die Treppe erschürmen. Dann ist alles verloren. Sie flehen mich an zu fliehen, um die Zukunft des Ordens zu sichern. Ich werde nicht der letzte Segenwächter sein. Ich werde meine Posten nicht aufgeben. Wenn wir noch fix zu Mitternachtshöne die feinen Fälle besorgen, haben wir gerade schon hier auf der Ecke. Ich hoffe, wir können hier gleich um die Ecke abgehen. Gut, dass sich das wenigstens gelohnt hat. Ich denke mal. Gut, dass sich das wenigstens gelohnt hat. Gut, dass sich das wenigstens gelohnt hat. Okay. 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 Das startet ja immer als Quest automatisch ne. Gibt das XP wenn es wieder beendet ist. Gucken wie viel der Boss rief. Okay. 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 Du, wir waren nicht die Ersten, die gegen die Verderbten kämpften. Helden eines vergessenen Zeitalters nutzten einst die Magie der Ahnen zur Verteidigung Aeternums. In einer Gruft aus Legenden entdeckten wir die Riten, derer jene Helden sich bedient hatten. So entstand der Orden der Seelenwächter. Romano nutzte die Magie der Ahnen und errichtete ein Bollwerk gegen die Verderbnis. Doch große Opfer mussten erbracht werden. Wir würden niemals mehr dieselben sein. Unsere neuen Kräfte brachten uns viele Siege ein. Ich hegte die Hoffnung, die Verderbten auslöschen zu können. Aber der purpurne Zauberer war tückisch. Er machte sich unsere Geheimnisse zunutze. Alle meine Kameraden wurden zu Verderbten oder Verlorenen. Im Arctur-Turm stellten wir uns zum letzten Gefecht. In einem finalen Akt der Verzweiflung stürzten sich Constanza und ich in die Tiefe. Aber am Ende war ich allein. Ich wollte das Andenken an meine gefallenen Freunde ehren. Aber die Erinnerungen sind zu schmerzhaft. Ich bin kein Seelenwächter mehr. Es gibt keine Seelenwächter mehr. Tut mir leid. Du bist zu mir gekommen, weil du die Dunkelheit in dir bekämpfen willst. Das ist eine Dita- Und das ist... Das ist eine Dita- Das ist eine Dita- Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ich erkenne sofort, dann schieß mal los Okay Dann haben wir es doch geschafft Dann sind wir jetzt hier oben in der Nähe von der Weltkrist Wir latschen erstmal hoch Auf der Maul können wir nicht Okay Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, haben wir es doppelt? Nee, ne? Doch. Verschwert. Immer noch erregt. Immer noch erregt. Immer noch erregt. Muss das tolle sein, wenn man Konsolenspieler ist und jetzt das erste Mal dann wirklich New World spielt und das alles nicht erlebt hat, was war. Für die, dass jetzt wirklich erst der richtige Release ist. Dann würde es schon eigentlich mal eine Zeit lang, dass wir anhalten, dass die Leute das Game feiern. Wenn die in der Zeit schon genug Content bringen, endgame-wise, können wir schon noch ein Banger werden. Wieder. So groß ist der MMO-Mod auf Konsum nicht. Ruhe dich aus und kehre zurück. Bis bald. Du hast heiligen Boden betreten, Mensch. Ich hoffe, du hast einen guten Grund. Du bewegst dich auf ehemals geheiligtem Boden, Mensch. Bis ich weiß, deine Art. Du sagst, du seist meine. Begreifst du nicht, dass dein. Du verschwindest und es ist das Böse deiner Art. Der Fluss von Arzot. Der den sehr gut. Wenn du die Üblen kannst. Aber hier waren wir, wenn man sonst auch erst viel später, oder? Wollen wir nachher den Stab, oder? Den man dann so langsam anfängt zu lernen. Wenn es überhaupt noch so ist. Da hatte man den schon wie früher. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Oh, nur noch die Hände. so krieg ich jetzt noch ranken her, hier vorn mit mir rein so 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 Was ist das? Was ist das? Oh, die Ranken brauchen ewig zum Respawnen scheint so Was ist das? Was ist das? Die geheimen Wege der Erde überwinden wieder einmal alles Aber deine Hilfe wird unvergessen bleiben Wir sind dankbar für unsere Gaben Was ist das? Was ist das? Wir sehen ja schon wieder super aus Was ist das? 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 Das ist das linke nicht mehr Was stand da? 0,5 1,5 1,5 Ja gut Dann passt das nicht Aber hier ist die Differenz glaube ich auch nicht so hoch Was ist das? Was war der Bonus für Vergebnisresistenz? 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 Werner mitnehmen kann was? Duw! Das war's. Spürst du es auch, Fremdling? Vor allem, einfach so mitten in der Pampa so ein Stall. Man spürt es am Rhythmus der Pferdehufe. Die Uhr, wo ich fand dieses Ding. Jetzt können wir das schon gleichzeitig machen mit der Mangan Quest. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Einfach ein bisschen Nebel. Was ist das? Nach so langer Zeit gibt es immer noch Menschen auf dieser Insel, die die Urkräfte anbieten. Wenn du Bande zum Geist der Bestie knüpfen willst, brauchst du eine Opfergabe, die die Wildheit deiner Seele beweist. Wie es eingestrahlt wird. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch so war. Ich glaube nicht. Ich glaube die Höhle da eben und ein oder anderem, das gab es gar nicht. Ein Kohle gleich vor einem Pferd. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch so war. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch so war. Ist dir klar, was möge die Bande, aber so mein Volk dieses Rennen. So mit Mondschatten an unserer Seite kann nichts mehr schief gehen. Öffnen. Wir öffnen das Pferd erstmal. Nein, wir haben unser Herz geöffnet. Aber so. Öffnen. Ich schwöre jetzt nicht möglich. Steige auf und reite zur Startlinie. Ne, ich möchte jetzt eine mächtige Quest machen. Ich darf nicht mal raufsteigen. Hm, wo ist ein... Rinden mal... Ob hier? Das war das Falsche. Rinden. Rinden RT. Ja, ist mir egal. Wir machen die Questes noch später. Das war die Main-Quest, oder? Ich habe da noch einen Rennen. Ja, ich weiß nicht. Wir machen ihn. Wir machen ihn. Ich weiß nicht, wir machen ihn. Wir machen ihn. und ich kann jetzt nicht aufsteigen oder was weil vorhin hat es ja rumgesponnen jetzt bleibe ich drauf gut also sonst wäre ich dazu jetzt gezwungen gewesen die quest weiterzumachen damit wirst ich deine ich fürchte nahe krasses headshot bekommen habe ich so wie dies wie wird es gern gespielt und die letzte beta davor das ist voll gut ja oh jetzt eigentlich ein talisman bekommen gibt es noch talismänner und so viel für pferde er gibt auf jeden fall sachen aber die werden ja später freigeschalten okay das hat man ja alles bekommen während der questreihe wo man einfach über den ganzen map breiten musste hast du dinge bekommen konntest du das nebenbei skillen und am ende war es auf maximum das habe ich schon gesagt fertig das werden wir heute nicht mehr machen jetzt steuern das war gut so 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 Und T3 Feierstab Mit Intelligents Aber ich bin nervöser 30 30 40 40 40 40 40 40 40 Oh, shit. Oh, shit. Und er ist unterhaltsam. Die Insel steckt voller Macht. Ich finde sie alle um unser Ziel zu sterben. Das Ziel der Menschheit. Was ist denn gut jetzt hier. was müssen wir machen um ihn freizulassen dass er nicht ausrasten und dann immer rauskommen ey komm hier soll nichts rum springen wir haben nur noch zwei stunden das ist doch machbar 625 machen aber nicht wenn hier immer irgendwas nicht geht aber wir sind ja bisher gut zu aber warum ist er nicht hier nicht fighten das ist der zenturio nein das ist der zenturio nein das ist der zenturio das wird uns anschließen oder ein widerstand ist und No, der Hammer. Du sträubst dich gegen den Opf, aber du kennst die Wahrheit und die Vision. Verschwinden keine Zeit mehr. Du hast gewünscht wahr und schließt dich nicht. Du hast gewünscht. Wir stehen tief in deiner Schuld. Mein Gefährte hat das sie in. Kehre sollte. Jonas war doch wer da unten. Da haben wir uns noch was schwerer. Thief. Untertitelung des ZDF, 2020 Achso. Einfühler. Das war eine schwere Rüstung. Ne, das war eine leichte Kopfbedeckung. Ja, ist so. Das ist wie Teil. Das war eine leichte Kopfbedeckung. Ich bin erleichtert, dich wiederzusehen. Mein Herz freut konnte... So, das haben wir jetzt in meinem Ring. Bisschen Konsti, halt. Und das von der zugeführten Chance. Nice. Gut hier. Ein Versteck unter dem Obelisk. Kleiner Hund. Gut hier. Was ist das? Was ist das? Ich muss sagen die Steuerung ist wirklich sehr sehr so hoch von dem Pferd Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Da kommen wir noch mal oben ganz normal hohe, oder? Da brauche ich hier glaube ich gar nicht so rumklettern. Hier war es uns irgendwie kurz so als wir das hier so sahen. Irgendwie, dass du überall aufmauten kannst. Texte lesen wir dann auch. Um mich zu verprügeln. Verfreuliger. Gehen wir du. War der falsche. Du bist dann einfach im Stunner. Wie ich sehe, hast du es vollbracht. Ein feines Hink. Kreuzstück, Ezra? 24? Ach, jetzt sind wir hier. Hat auch so ein bisschen was von den Hühlgräbern aus, äh, Lotko. Ahu! Willkommen zurück. Sieh dich an. Immer noch so unbescholten wie ein Neugeborenes. Ich konnte auch, wenn wir jetzt ein... Okay, wir müssen schneller reisen. Nach 600 Meter. Up in the city. Ich bin nicht mehr. Auf die Kirche. Oh, das ist doch. Ich bin nicht mehr. Ach, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Endlich! Jemand in dieser verrückten Kleinstadt, mit dem ich mich angemessen unterhalten kann. Komm hier rüber und sprich mit deiner Freundin Grace. Ich hab mich umgehört und etwas Klatsch und Tratsch von den feinen Pinkeln aufgeschnappt. Vielleicht bleibe ich eine Weile. Hier wechseln eine ganze Menge Thaler den Besitzer. Das sag ich dir. Diese Stadt ist älter, als sie aussieht. Man mag es kaum glauben, aber es waren die verfluchten Legionen Roms, die den Grundstein legten. Und schon bald entstand daraus ein Handelszentrum. Und damit das Wegekreuz Aeternus. Von überall her kamen die Leute, um zu handeln. Und in der Schatzkammer der Stadt stapelte sich das Gold. Hier regierten die Handelsfürsten. Ohne Könige oder Königinnen. So war das. Jede Fraktion der Stadt besaß ihre eigenen Gesetzeshüter. Und eine Weile schien es gut zu gehen. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis aus Laster und Habgier Gewalt wurde. Auf den Straßen wurde gekämpft und die Stadt brannte komplett nieder. Aber mit Geld lässt sich schnell viel beheben. Aus der Asche entstand die Stadt Oxborough. Die Handelsfürsten machten sie größer, stärker und profitabler als je zuvor. Und angeblich läuft dort seitdem alles wie am Schnürchen. Selbst als sich vor Hunderten von Jahren die Verderbnis ausbreitete, ging es Oxborough gut. Heute fließt das Geld in Strömen. Aber die Handelsfürsten bleiben in den Schatten und hüten ihren Reichtum. Es mag kein Zuckerschnecken sein, aber hier kann man es weit bringen. Und Grace O'Malley geht erst, wenn sie ein Stück vom Kuchen abgekriegt hat. Jetzt weißt du also, was ich gemacht habe. Ich habe genug Esefach. Ich habe genug Esefach. Ich habe genug Esefach. Hallo, du scheinst viel verdäts. Ich wünsche... Oh, hey! Wollen wir uns alle noch Eis? Ah, dann halten wir los. Wollen wir uns alle noch? Siehst du das? Oder gehst du einfach weiter? Was müssen das für finstere Zeit? Nein. Oh, blue. 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was ist das?